Lacan fragt an irgendeiner Stelle, kann das Unbewusste, sprich Gott, das Sys-UBW, lügen? Aber klar, aber klar, es ist auch eine Tröstungsintegrationsmaschine, die die Vorstellung der Unsterblichkeit beinhaltet und die damit abbildet, worum es geht bei der ganzen Schose, diese Unsterblichkeit, die es zwar gibt, aber nicht für die Trägerwesen des unsterblichen Prozesses eines sich bewahrenden und erhaltenen wollenden Keimplasmas, das sich nur auf Kosten der ersetzenden Metonymie-Reihe der Körper unsterblich erhält, und das Unbewusste ist also Agent der Matrix, des Rhizoms, des Myzils und nicht Agent der ephemeren Pilzkörper, die aus den Acheronter ans Licht sprießen.